Ich denke schon, dass es eine Grundvoraussetzung sein sollte, Fleisch zu mögen, wenn man hier arbeitet. Ich esse sehr gerne Fleisch und auch Fisch, aber eher Fleisch als Fisch. Wir sind hier bei der Rassing GmbH in Essen. Also ich habe hier damals als Schüler angefangen, als Minijobber. Ich bin dann von da aus direkt in die Lehre und bin danach in verschiedene Abteilungen gekommen. Letztendlich bin ich dann auch beim Wareneingang hängen geblieben und da auch nicht mehr weggekommen und mittlerweile auch Abteilungsleiter, verantwortlich für 35 Mitarbeiter. Meine Funktion hier im Wareneingang ist die Sicherstellung unserer Qualitätsstandards und dazu gehört auch die stetige Kontrolle. Grundsätzlich müssen wir gucken, wie sind die Zuschnitte, stimmt die Temperatur beim Wareneingang, sind die Etiketten in Ordnung, weil wir sind letztendlich die letzte Instanz, bevor die Ware rausgeht an unsere Kunden. Also eigentlich mache ich alles gern. Also ich mag es mich, um alle Mitarbeiter zu kümmern. Ich habe für alle gerne ein offenes Ohr. Und ich pflege auch diesen kollegialen Umgang. Also wir unterstützen uns alle gegenseitig und da kann ich mich mittlerweile auch sehr auf meinen Stellvertreter verlassen. Wir ergänzen uns sehr gut und natürlich merken das auch die Mitarbeiter. Edeka ist ja mitunter einer der größten Supermarkt-Ketten überhaupt und wir sind uns alle darüber bewusst, welche Verantwortung wir da dadurch auch tragen, Top-Qualität hier auszuliefern. Also ich muss sagen, ich bin jetzt mit dem, was ich mache, sehr zufrieden. Ich bin auch jetzt noch nicht so lange Abteilungsleiter. Ich denke mal, ich muss mich da auch noch mal ein bisschen einarbeiten. Und auch später bin ich der Meinung, hat man nie ausgelernt und von daher, dass ich mich auch einfach mal überraschen, was in den nächsten zehn Jahren noch so passieren wird.